Aber wir sammeln erstmal alles ein. Oh! Ja, das taubt für mich nicht. Hey, der zieht ihn ja zurück. Oh! Scheiße, hau doch! Schieß, Isaac, schieß! Mann, könnt ihr mal die Klappe halten. Aua. Yes, es seid ihr laut. Wow. Oh, darf ich mal sagen, dass meine rechte Maushand... Ich muss sie mal eben ausschütteln, Entschuldigung. Oh, die hat eben gezittert. Ich habe da so feuchterlich drauf gedrückt. Wow. Oh, nö, ne? Das war ja richtig übel. Ja, sorry. Boah. Okay. Wir haben doch noch was gehabt. Dachte ich, jetzt... ...seien wir schon wieder am Arsch. Boah, wie eklig. Alter Schwede. Na, das wird ja lustig. Jetzt gucken wir nochmal bei der anderen Seite, ob da da auch nochmal welche kommen. Wieso kann ich die nicht aufmachen? Verdammt. Ja, da sind Türen, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal hin. Boah. Ach so, wir sollen hier rein. Okay. Von wo? Boah. Boah. Oh, 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 oh! Äh. Kann das sein, dass es nicht besser wird? Wahrscheinlich. Geh auf! Oh, scheiße. Oh mein Gott, was bist du? Wow! Scheiße! Wow, wollt ihr mich verarschen? Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Wuh! Wuh, 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 wuh! Du bist so ein Scheißteil! Scheiße! Woa, woa, woa! Oh, nee, ne? Moment. Moment. Oh. 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 Oh, fuck miss. Und jetzt ist denen nichts passiert. Achso, die sollte man erlösen. Jetzt habe ich mir selber wehgetan, weil ich dachte, ich müsste dieses Scheißteil erwischen. Jetzt soll ich wieder zurück. Oh, komm, wenn einer raus ist, ich brauche Plasma-Energie. Ich gehe da so scheiße mit um oder schieße so scheiße. Nützt nichts. Junge, Junge, Junge. Tja, gar nichts mehr, ne? Süppi. Also müssen wir gleich mit dem Ripper arbeiten. Okay, nützt ja nichts. Wo soll ich hin? Jetzt wieder nach links. Ich habe nur so das Gefühl... Oh, da. Keine Ahnung, was das alles ist. Ich nehme es einfach. Jetzt sollen wir wieder zurück, okay? Müssen wir jetzt oben nochmal das gleiche machen? Ähm, hallo? Achso. Ja, jetzt müssen wir überall das gleiche machen. Na, das wird ja lustig. Achtung, bei der Atmosphäre-Auswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Aha. Nach links. Okay, da ist aber auf. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade gegen das Mikrofon gehauen. Das sieht eigentlich richtig nett hier aus. Schade, dass hier alles voller Giftgas ist. Und wieso können wir da hinten durch die Tür? Huch. Moment. Ähm. Ja, wir benutzen es einmal. Das war mir jetzt gerade bei den ganz schnellen Viechern einmal zu riskant. Hier geht es noch weiter. Ach, das ist doch hier. Komm, kannst du so öffnen. Ich befürchte ja, dass wir nachher hier hin müssen. Oh, Speicherstation. Ja, ich glaube, wir müssen nachher hier sowieso hin. Also erst auf eine Seite und dann auf die andere. Oder nicht? Vielleicht bin ich hier auch erst mal falsch. Ich weiß es nicht. Bin ich hier falsch? Oh mein Gott, was bist du? Und die explodieren. Schön. Ja, ich glaube, wir sind hier falsch. Okay. Dann gehen wir erst mal drüben hin, weil... Bis jetzt lag ich ja immer eher damit falsch, dass ich meine, erst was anderes machen zu können. Also müssen wir erst hier rein. Hydrosteuerung. Oh mein Gott! Nice! Und ich sehe gerade, wir haben keine Luft. Was mache ich hier? Ich kann auch hier jetzt hier nicht spazieren gehen. Wow! Ach du Scheiße! Oh, fuck Mist! Ja, setzen sich da sein, damit ihre Gegner langsamer werden. Gute Idee. Oh man, übel. Oh, mir fehlt so ein Medi-Packs. Hm. Okay. Ähm. Ja, versuchen wir es mal damit. Ich frage mich nur gerade mal, wenn man die jetzt zerlegt. Isaac, mach uns wieder keins. Mhm. Wenn man die jetzt hier komplett zerlegen würde. Kann man gar nicht, ne? Ja, doch, kann man. Dann könnten die doch eigentlich nichts mehr mit denen anfangen, oder? Ist wahrscheinlich egal. Trotzdem kann er da irgendwas draus machen, richtig? Oh, mach es kaputt, Isaac, mach es kaputt. Ja. 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 Aha, okay. Ein Teil, das noch irgendwie sich selbstständig gemacht hat. Gut, das hat diesmal besser geklappt. Gibt's auch irgendwas hier? Kriege ich auch wenigstens ein bisschen Munition zurück? Ja, anscheinend nicht. Okay, also ich bin doch ganz... Oh, jetzt geht's Isaac wieder schlecht. Und das gleiche ein bisschen mit auf der anderen Seite machen, oder was? Sieht so aus, ja. Gut, Isaac, du hast gesehen, was da gleich auf uns zukommt. Jetzt muss ich speichern hier, während ich so schlechte Gesundheit habe. Das ist doch lustig, oder? Der Plasma-Cutter war eben gar nicht mal so schlecht bei dem Teil, ne? Ich glaube, dann nehme ich den mal wieder. Ich speichere mal eben ab, was soll's. Wow, 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 wow. Hier geht's wieder heftig zur Sache. Und es hilft mir nicht, wenn ich mehrere Tage Pause mache. Ach, der bleibt tot. Ich bin doch gestorben. Ach so, weil der vor der anderen Tür auch nochmal abgespeichert hat, okay. Gut, wir rechnen damit, dass da noch mehr von kommen, logisch. Da zum Beispiel. Okay, das scheint was Explosives zu sein. Oh Mann, die finden da echt noch eine Steigerung mit den Kreaturen, die sie da für gestaltet haben. Hat einer von euch bitte ein verdammtes Medipack gedroppt. Nein, sieht nicht so aus. Credits. Medipack. Haben wir alles. Ich möchte jetzt aber auch nicht das jetzt umsonst nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kühlkammer. Aha, okay. Oh. Komm, noch Medipack, nein, Credits. Was meiner geht. Ähm. Stase brauchen wir nicht. Sind wir voll? Ich hätte lieber... Was willst du, dass wir tun? Moment. Ach, was mach ich denn da? Ach, alles klar. Oh nein, meine... Oh, was wir am liebsten machen. Toll. Äh, Schwerelosigkeit. Was ist das? Das ist ein... Ach, das ist ein Bein. Jetzt seh ich das erst. Ich denk grad, was ist das für ein Teil? Noch ein Bein. Schick. Ganz schick. Und wo müssen wir hin? Oh, toll. Impulsprojektil, okay. Oh, meine Lieblingsaufgabe. Okay, Moment, 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 Moment. So, und was müssen wir machen? Wir müssen...